Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Map Ragnarok und ich bin gerade bei der Suche nach der verbotenen Grotte auf diese Base gestossen. Ich zeige die kurz. Ich musste kurz reinschauen. Ich war so frech, wem immer die auch gehört, aber es kommt gut. Es sieht sehr gut aus, weil nämlich ganz hier in der Nähe, in der Nähe, nicht in der Nähe, in der Nähe sollte die verbotene Grotte sein. Deswegen bin ich jetzt auf ihn gestossen. Ja, kommt gut, weiter so. Und wir schauen jetzt, ob wir die verbotene Grotte finden und hier ist sie nämlich schon auch schon bebaut von Dizzy. Mit ihm habe ich ja ganz viele Arc Let's Plays schon aufgenommen. Und das wäre jetzt die verbotene Grotte. Sieht ganz cool aus, ein bisschen Licht muss sein, nicht so wie das letzte Mal. Ihr findet die Höhle auf den Koordinaten 26, 27 und hier auf dem Server, wie ihr schaut, bereits eingenommen. Aber damit ihr auch die mal seht, denn wenn die zu ist, ist es dann wahrscheinlich zu. Auch ganz eine coole Location. Vor allen Dingen habt ihr natürlich wahnsinnig viele Ressourcen zum Bauen. Wir spielen auf dem 70 Slot Server nach wie vor auch die, die vielleicht auf dem 20er noch sind. Wenn ihr Bock habt, wäre es vielleicht besser, wenn ihr wechseln würdet. Weil er jetzt eigentlich hier ein bisschen, wie soll ich sagen, die Priorität auf diesem Server liegt, da auch noch andere Let's Player drauf sind. Und natürlich wir eigentlich das Ziel haben, eine Map nicht zu füllen, aber zu beleben. Ich glaube, ich nenne das so. Und mit 70 Slots sind wir da schön bedient, auch wenn ihr mit mehreren Spielern auf die Map kommen möchtet. Und das würde uns wahnsinnig freuen. Ich selbst habe noch überlegt, ich bin ja im Moment in der Burg. Ich werde die Burg in den nächsten Tagen mal freigeben, damit ihr das bebauen könnt. Ich werde die Tore drinnen lassen. Ich habe Tore gebaut, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Damit ihr auch selbst die Möglichkeit hättet, dort zu bauen. Ich werde mir eine andere Location suchen. Und könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Einige Sachen werde ich drin lassen und könnt ihr abreissen. Wie gesagt, ich werde es freigeben. Also wäre dann in den nächsten Tagen mal die Location Burg frei für euch. Und wo ich baue, das weiss ich auch noch nicht. Keine Ahnung. Ich möchte einfach von vorne anfangen, weil es hat einen coolen Mod drauf zum Bauen. Ich möchte mir ein cooles Häuschen bauen können. Deswegen habe ich mich so entschieden. Und im Moment habe ich sowieso nicht so Zeit gerade zum selbst richtig spielen. Ich bin nur auf der Suche nach Höhlen. Deswegen denke ich, macht das Sinn. Okay, 70 Slotserver, der ist unten in der Bemerkung verlinkt. Hier die verbotene Grotte, wer sie noch nie gesehen hat. Und ich hoffe, dass wir uns im ARK Survival Evolve auf unserem Server sehen. Bis dann. Tschüss.